Wie ist die Krypto-Jahreshaltefrist? All-Time-High noch vor dem Halving, wie immer alles nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir möchten heute mal ein etwas anderes Thema mit Ihnen besprechen, das super, super präsent aktual ist. Und zwar geht es um das Thema Besteuerung. Wir haben bereits einige Positionen in unserem Portfolio, bereits steuerfrei. Das ist mit ein Grund, dass wir vor Monaten bereits gesagt haben, wir gehen felsenfest davon aus, dass das der letzte Krypto-Bullrun ist, wo wir unserer Meinung nach eine gewisse Haltefrist, Steuerfreiheit in Deutschland genießen dürfen. Das bedeutet, wenn wir unsere Kryptowährungen mit einem Jahr und einem Tag gehalten haben und dann im Gewinn sind, dürfen wir diese steuerfrei veräußern. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass dieses Gesetz kommen wird. Viele kennen es vielleicht nicht, aber Aktien hat damals Ähnliches getroffen. Und dann möchte man sich hier bei den Kryptos auch an Aktien anlehnen. Das bedeutet, die Haltefrist wird entfallen und Sie werden dann entsprechend insgesamt, wie die Aktien heute alles besteuern müssen. Dann spielt es keine Rolle, ob Sie nach einem Tag, nach drei Tagen oder nach sieben Wochen verkaufen. Die Besteuerung ist immer voll zu gewährleisten. Das mal ein Vorschlag, Bündnis die Grünen, die möchten das gerne umsetzen. Wer sich das Ganze im Detail anschauen möchte, hier entsprechend hat Bitcoin Echo nun einen Beitrag veröffentlicht. Wir haben dieses aufgegriffen und wollten dieses entsprechend mit unserer Community teilen, denn es ist extrem wichtig zu verstehen, dass dieses Gesetz kommen wird. Und es ist auch extrem wichtig an dieser Stelle, wenn die nächsten Wahlen sind und man sagt, man ist Kryptoanleger beispielsweise und man möchte diese Haltefrist lange halten, dann ist natürlich auch interessant zu schauen, was wählt man. Auch das ist immer ein Faktor natürlich Investments. Welche Partei spricht für was? In diesem Fall möchten die Grünen, Bündnis 90 das Ganze hier besteuern. Auch das ist extrem wichtig, einfach zu verstehen aus Investmentsicht und das auch immer wieder mal berücksichtigen. Insgesamt möchten wir aber dennoch sagen, glauben wir, dass das so oder so kommen wird. Also wir sind da insgesamt sehr neutral und emotionslos, denn wir richten uns einfach nach unserem Plan gegen entsprechend und richten uns dagegen aus. Bedeutet folgendes, wir gehen meistens davon aus und das ist meistens dann, wenn so ein Gesetz in Kraft tritt, dass es einen Stichtag geben wird, beispielsweise alle Positionen ab dem 01.01.2025 sind voll zu besteuern. Das bedeutet, alles was davor eingegangen ist oder bereits die Haltefrist beendet hat, solche Sonderklauseln werden meistens dann in solchen Gesetzen verabschiedet, gilt dann weiterhin auch das ALDE-Gesetz, bis dann entsprechend aber das verabschiedet wird und final dann ein Stichtag ausgewählt wird, dann ist es meistens so, weshalb wir auch längst gesagt haben, sind wir full invested, plus minus ein paar Positionen haben wir dazugenommen. Aber wie gesagt, das ist nicht nur eine gute Zeit aktuell, wo Altcoins noch nicht final ausgebrochen sind, sondern das ist weiterhin auch ein Indikator zu sagen, okay, wenn man sich an diesem Markt positionieren möchte, wenn man sich an diesem Markt platzieren möchte, dann ist es extrem wichtig zu verstehen, dass man das unserer persönlichen Meinung nach, wie immer, keine Anlage oder Finanzberatung, sondern nur unsere Meinung jetzt macht und das haben wir auch getan und das haben wir auch ganz transparent kommuniziert. Wir haben noch circa um die 30 Plätze frei, das möchten wir auch kurz mit Ihnen teilen. Wir haben eine RSFM-Krypto-Telegram-Gruppe, die wir begrenzt haben inzwischen. Wir haben jetzt noch 30 Plätze frei, am Samstag waren es noch circa 78 Plätze, das heißt, nach diesen Plätzen werden wir die Teilnahme hier schließen. Wir haben dann einen ausgeschlossenen Bereich, wo wir dann nur noch in Telegram mit diesen Personen arbeiten können, aufgrund dessen, dass wir unsere Qualität, unseren Service weiterhin bieten möchten und das Ganze exklusiv erhalten möchten, das heißt, auch Cointips, die wir haben und vieles mehr möchten wir exklusiv in dieser Telegram-Gruppe halten. Das ist der Grund für unsere Begrenzung. Wenn Sie Interesse haben in unserem Angebot, wir traden dort, wir haben dort Aktieneinstiege, wir haben dort Kryptoeinstiege, wir haben dort Verkäufe, wir werden Live-Webinare halten beziehungsweise Aufzahlungsformate anbieten, sobald wir die Gruppe geschlossen haben. Wir werden dann darüber hinaus auch noch dann sogenannte Top-Analysen, das heißt, wenn wir die Bitcoin-Top und Altcoin-Tops erreicht haben, werden wir Analysen geben, wo wir dann ganz viele Coins aus unserem HODL-Portfolio bekannt geben, wo wir verkaufen, wo wir mögliche Tops sehen und vieles mehr. Wie gesagt, das wird entsprechend hier in unserer Telegram-Gruppe angeboten und Montag bis Freitag täglich Videoanalysen, Stand zum Bitcoin und rund um das Thema Altcoins, Trading, Aktienanstiege und vieles mehr. Das kurz zur Haltefrist. Wir möchten freundlich unsere persönliche Meinung an dieser Stelle mitteilen, Kunden tun und da sind wir sehr, sehr davon überzeugt, dass das kommen wird. Man kann sich immer dagegen aufrichten, wichtig ist es, Emotionslustes zu betrachten, es bringt nichts, sich aufzuregen oder Sonstiges. Es wird so oder so kommen, denn wie gesagt, wenn der Bullrun vorbei ist und viele ins Veräußerungsgeschäft gehen, sprich eben ihre Gewinne dann steuerfrei anmelden, dann ist doch klar, dass der Staat diese ganzen steuerlichen Vorteile, die er bisher gegeben hat, wenn er das mal zusammenrechnet, auf eine Summe kommen wird, wo er sagt, diese Summe möchten wir uns auf keinen Fall mehr entgehen lassen. Und ja, so sieht es aus. Das zum Thema Deutschland, Steuern und jetzt schauen wir uns gemeinsam die Charts an. Sprechen zunächst mal über den US-Dollar-Tether. Für alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Das ist für uns entsprechend hier der Chart, der die Dominanz ausrichtet, auch vom Verhältnis, wenn die Dominanz fällt, fließt massive Volatilität nach oben, sprich Kapital in den Markt und lässt die Kurse steigen. Wir haben hier einmal eine Box Achtung 1 und eine Box Achtung 2 gehabt. Dort sind wir rausgedreht und jetzt erwarten wir nächsten Push in die Box Achtung 2, bevor es zu einer nächstmöglichen Korrektur kommt. Solange wir hier unterhalb dieser Linie bleiben, gibt es hier die Möglichkeit, dass wir hier entsprechend neue All-Time-Highs sehen. Ob es zeitlich vorm Halving reicht, bleibt abzuwarten, denn so lange ist natürlich nicht mehr hin auf das Halving, aber wir gehen davon aus, rund um das Halving und dann könnte das Halving wieder, wie wir es auch in unserer Telegram-Gruppe kommuniziert haben, ein sogenanntes Selden-News-Event werden. Jetzt sprechen wir hier Ethereum, Bitcoin, schauen wir es uns gemeinsam an, übergeordnet entsprechend gehen wir weiter von dem massiven Push aus. Die Dominanz sieht für uns bereit zu fallen, hier haben wir übergeordnet die Möglichkeit durchzustarten. Alles passt für uns perfekt zusammen, Ethereum ist auch schon bereit durchzustarten. Wird Bitcoin für eine kürze Zeit dann auch wieder outperformen, auch das wird wieder kommen und ja, da können Sie sich schon mal drauf freuen. Jetzt schauen wir uns übergeordnet unser Bild an, das wir vor Monaten hier entsprechend bereits aufbereitet haben. Auch hier sind wir weiterhin absolut auf Kurs. Wir haben die untere Zielbox nicht ganz erreicht, aber das ist auch in Ordnung. Wir haben jetzt die erste Zielbox hier oben bullisch überschossen und da schauen wir uns jetzt gleich das Ganze im Detail an. Das ist übergeordnet unser Bild und wir gehen, wie gesagt, schon seit Monaten davon aus, dass wir zum Halving Crash hier nochmal runterkommen in die Bereiche 34.000 bis 40.000. Danach starten wir unserer Meinung nach in den Golden Bull Run, das heißt massive Anstiege und dann geht es hier entsprechend in den Blue Sky Effect, das heißt neue Hochs und dort kommt es dann darauf an, auf vieles Wissen und mehr, wo dann entsprechend die Kürse auch hingelangen könnten. Das ist unser Abbild. Wir werden hier maximal bei ca. 160.000 spätestens, allerspätestens alles abverkaufen. Das ist unsere Zielregion und wie gesagt, dort können wir jetzt auch schon mal Sie darauf vorbereiten. Sie werden, wenn wir in diesen Regionen sind, auch viele Analysten wieder ein Newspaper lesen. Dort werden dann 200.000, 400.000, 800.000, dort werden dann sehr, sehr wilde Preise wieder aufgerufen. Das ist unserer Meinung nach wie beim letztmaligen Bull Run, wer dort dabei war. Als wir hier im Bereich der 60.000 waren, würden Preise um die 100.000, 150.000 aufgerufen. Das macht man, um viele Menschen nochmal in den Markt zu bekommen, um quasi bevor man die Exit-Strategie dann alles abverkauft, als Wahl nochmal einiges mitzunehmen und dann bleibt es noch einige Tage, Wochen oben, bevor es dann final crasht. Das als Indikator für Sie, wenn diese Preise aufgerufen werden, ist es höchste Eisenbahn, sich vom Markt zu verabschieden. Auch wir haben in unserer Telegram-Gruppe unsere Strategie bereits mitgeteilt. Wir werden diese dann auch im Detail mitgeben und wir können Ihnen jetzt aber schon mal sagen, dass wir alles abverkaufen werden. Wir halten nicht ein einziges Projekt noch. Wir sind auch in kein Projekt verliebt. Wir sind investiert wegen der Rendite und nicht, um uns ein Projekt zu verlieben. Auch das ist ein ganz großer Fehler am Kryptomarkt, wie immer unsere persönliche Meinung an dieser Stelle. Schauen wir es uns im Detail an. Das nächste Leg-Up hier befindet sich in dem oberen Bereich, 67.000 bis 70.000. Ob wir das nun erreichen oder ob wir mittendrin nochmal korrigieren, werden wir uns im Detail anschauen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir jetzt hier in einer möglichen 1, 2, 3, 4, 5 sind. Diese 5, die 1 hier oben kompletiert, übergeordnet und dann wir in den Halving-Crash gehen. Ein sogenanntes Selden-News-Event. Wenn jeder denkt, es geht jetzt durch die Decke, ist es wahrscheinlich, dass wir hier nicht durch die Decke gehen. Das ist unsere persönliche Meinung, wie immer. Wie gesagt, schauen wir, wie es sich ausspielt. Wir werden sich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Dann haben wir hier unser Szenario. Wir haben inzwischen das bearish-e-Case rausgenommen. Denn durch den Durchbruch unseres Kanals, wie wir es auch gesagt haben, ist das bullische Szenario für uns bestätigt. Sie sehen entsprechend nun fortfolgenden Verlauf. Das ist ein circa-Abbild. Wie gesagt, das kann natürlich auch so sein oder so sein. Das haben wir noch nicht im Detail durchberechnet. Das ist das mögliche Abbild. Neues All-Time-High. Und dann geht es hier massiv in den Crash für uns. Und dann haben wir die gesamte 1 hier beendet. Das ist unsere Meinung. Wir glauben auch, dass sobald wir spätestens beim Bitcoin hier oben sind, nochmal eine eigene Altcoin-Rally sehen könnten, bevor wir dann in die 2 gehen insgesamt. Denn dort müssen die Altcoins natürlich mit in die 2 gehen dann entsprechend, um dann alle überhaupt nicht in den großen, starken Bullrun durchstarten zu lassen. Jetzt schauen wir uns gemeinsam Ethereum an. Auch hier möchten wir kurz drüber sprechen. Wir haben zwei Möglichkeiten gehabt. Hier diese Entscheidungsbox bei 2.500 würde massiv durchschlagen. Das hat nun neue Hochs ausgebaut. Und das führt uns nun in die Preisregion von 3.258. In diesem Bereich, circa in diese Zielbox. Das heißt, alles rund um das Thema 3.000 sind wir ganz stark der Meinung, dass wir hier in Kürze landen werden und Ethereum hier, wie schon gesagt, Bitcoin auch kürzzeitig sogar, auch vom Volumen her outperformen kann. Und ja, wir werden in Kürze selbstverständlich wieder neue Videos mit Ihnen besprechen. Sie erhalten jetzt schon mal aus aktueller Brisanz zum Thema Steuern ein Video bereits zu aktueller Zeit. Wir wünschen Ihnen nun dann auch einen schönen Resttag und schon mal eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, danke sehr.